In diesem Video möchte ich auch noch mal zeigen, wie man eine, sag mal, Diamanten in 5 Sekunden findet, oder so schnell wie möglich finden könnt. Erstmal auf Überleben, dann sag ich mal, Diamanten, Überleben, hier muss man auf Anpass, mehr Spiele ist egal, das ist egal, egal, egal. Das kann hier alles bleiben, der Einzige Kalibe maximal, Biome sollte man hier auf Extremilz stellen, so, so, Größe auf 8, Größe ist egal, und dann hier einfach mal auf Rotas Gold, bis man Diamanterz hat, hier die Adergröße auf 50, Generierungsversuche auf 40, und maximal Höhe auf 255, und die Welt erstellen. Jetzt aber, wenn ich ihn hier den Ausspruchsgruppe lenne, lasse ich den Countdown laufen. Wie viele Sekunden es dauert, bis der erste Diamant gefunden ist? Eine Minute neun, sag ich mal, bin ich ausgespuckt worden, und da sind schon die ersten Diamanten, das heißt, zwei Sekunden danach, schon hat man hier Diamanten. Das hat jetzt richtig Glück gehabt. Ich hoffe mal, dass es wieder euch gefallen hat, geht dafür da auch nach oben, teilen wir auch nicht schlecht, wenn wir nicht bekannter werden, abonnieren wir uns wieder auch nicht schlecht. Ihr könnt mir sagen, ob ich in diesem Welt auch ein Let's Play machen soll. Schreibt es mir in die Kommentare. Bis dann, und ciao.